Hallo, es ist wie jedes Mal. Ich bin super aufgeregt. Herzlich willkommen. Ich hoffe, die Verbindung steht. Ich hatte ja letztes Mal die Feuerprobe, da fiel sie aus, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut gerettet. Es ist 18 Uhr und wir starten wie jeden Montag, jetzt in der vierten Woche, mit Petsglücks-Yoga, live auf karls.de. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wer den Teaser gesehen hat, der weiß, es geht heute um Selbstfürsorge. Und es klingt so schön, dieses Wort. Und was verbindet man damit? Also eine gute Tasse Tee in einem ruhigen Moment. Eine Badewanne, die man sich mal gönnt. Ein Wellnesswochenende. Ja, so viele Dinge, also die vielleicht jetzt, wenn man das jetzt so hört, im Alltag gar nicht so Raum finden. Aber genau darum geht es eigentlich. Weil das Wellnesswochenende, das wäre eigentlich erst dafür da, wenn man so einen richtigen Flächenbrand quasi löschen muss. Also wenn man das so dringend braucht, dann ist eigentlich schon alles zu spät. Das ist mir schon völlig K.O. Ja, also was wir suchen oder was es sich lohnt zu integrieren im Alltag, ist Selbstfürsorge, die also unser stetiger Begleiter ist, die wir in den kleinen Dingen finden. Also habe ich mich gut ernährt? Ja, habe ich gut auf mich geachtet? Bekomme ich genügend Schlaf? Habe ich meine Freunde gesehen oder Menschen, die mir etwas bedeuten? Gönne ich mir Pausen? Setze ich mich unter Druck? Wie sind meine Erwartungen an mich? Ja, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die uns gut tun. Ja, berühre ich mich gerne? Nehme ich mich mal in den Arm? Ja, all diese Dinge sind wichtig. Warum sind die wichtig? Und vielleicht klingt das auch für den einen oder anderen irgendwie, ja, Selbstfürsorge, das klingt auch so ein bisschen egoistisch, ja. Wir kennen das vielleicht, also gerade, ich nehme mal so ein klassisches Beispiel aus der Küche beim Frühstück. Wenn derjenige, der die Eier kocht, ja, und da geht eins kaputt, wenn es ein Frühstücksei ist, wer ist das? Ja, also in der Regel ist es der, der für die ganze Familie das Frühstück gemacht hat und die Eier gekocht hat, der sagt, oh gut, naja, ich bin es nicht wert, ich kriege das kaputte Ei. Ja, oder, oder ich gönne es den anderen. Warum? Warum machen wir das, ja? Vielleicht wollen wir auch mal das heile Ei essen. Also, Selbstfürsorge ist wichtig, weil wir, wenn wir in unserer Kraft sind und wenn wir uns gut spüren, dann können wir unser Licht teilen, dann können wir Liebe in die Welt tragen, dann können wir für andere da sein. Und nicht umsonst, vielleicht erinnert ihr euch, wenn wir schon ein bisschen länger her, als wir alle noch so ein bisschen durch die Welt geflogen sind, in Urlaub zum Beispiel, kommt immer ja vorne weg. Die Sicherheitsvorkehrung und dann wird gesagt, die Sauerstoffmaske, wenn die runterfällt, dann setzen sie sich die über Mund und Nase und dann helfen sie den Menschen, die Hilfe brauchen, Kindern oder Nachbarn, die neben ihnen sitzen. Also, wir selber müssen funktionieren oder nicht funktionieren, wir müssen gut sein mit uns. Uns muss es gut gehen und nur dann können wir das, was wir haben an Wert, auch mit der Welt teilen. Und darum geht es heute. Ich habe ja schon gesagt, ich habe dieses wunderschöne Buch entdeckt bei Karls, findet ihr auch im Online-Shop. Das heißt, Selfcare sei gut zu dir und ich habe die ganze Woche darin geblättert. Ihr seht es vielleicht, ich habe unglaublich viele Zettel hier drin und alles angemarkert. Ich kann das unmöglich alles teilen mit euch, aber ich lese nachher, wenn wir uns in einer ruhigen Position befinden, mal aus einer Seite etwas vor, was ich finde, auch so ein paar Facts einfach. Was kann ich tatsächlich im Alltag machen? Wie kann ich darauf Acht geben, dass es mir gut geht? Und die erste Aufgabe ist natürlich, sich zu spüren, sich einfach wahrzunehmen. Und wir starten in der Stille, wie in jeder Yoga-Einheit, die wir gemeinsam hier starten. Und die Stille ist das Ankommen, ist dein Zuhause. Da ist Raum für dich. Und dann setz dich aufrecht gerne wieder auf eine Decke oder ein Kissen. Heb mal das Sitzfleisch nach hinten oben raus, sodass die Sitzbeine gut geerdet sind. Und dann bring deine Hände auf deine Oberschenkel. Erlaub dir, deine Augen zu schließen und in diesem Moment auf deiner Matte anzukommen und in deinem Raum. Erlaub dir, in deinem Körper anzukommen. Und mit der nächsten Ausatmung lass mal deine Stirn ganz glatt werden und deine Wangen weich. Entspanne deine Kiefermuskulatur. Und dann schenke dir ein liebevolles Lächeln. Einen sanften und weichen Gesichtsausdruck. Mit der nächsten Ausatmung erlaubt dir, ganz schwer zu werden, dich zu verankern. Und einatmend. Wachse nach oben. Du bist zwischen Himmel und Erde. Ganz getragen. Mach die Wirbelsäule lang. Schieb die Krone deines Kopfes Richtung Himmel. Und dann zieh mal sanft die Schultern zu den Ohren und fühl sie ausatmend nach hinten. Und dann die Spitzen deiner Schulterblätter hinten unten zusammen. Mach das einmal mehr ein. Nach oben, dann nach hinten. Die Spitzen der Schulterblätter hinten unten zusammen. Ein letztes Mal einatmen. Und aus. Zieh deine Ohrläppchen noch ein Stück zurück. Und mach deinen Nacken lang. Dein Brustbein zieht nach vorn und oben. Und du kannst vielleicht die unteren Rippenbögen etwas nach innen ziehen, sodass der Rücken lang bleibt. Und dann lenke deinen Fokus auf deinen Atem. Einfach spüren, wie der Atem kommt und geht. Wie fühlt sich der Atem an in deiner Nase, den du einatmest? Ist der Atem kühl? Wie fühlt sich der Atem an in deiner Nase, den du ausatmest? Ist der Atem? Mach dir bewusst, dass du dir mit jeder Einatmung Energie schenkst. Liebe. Kraft. Gesundheit. Und mit jeder Ausatmung darfst du loslassen und abgeben, was nicht zu dir gehört. Oder was dir zu schwer geworden ist. Was du nicht brauchst. Was du nicht mehr tragen möchtest. Und die Erde trägt das für dich. Und dann bring deine Hände vor dein Herz. Leg die Handflächen aufeinander. Und spür hier mal ganz bewusst in diese Berührung deine Hände. Vielleicht spürst du Wärme zwischen diesen Handflächen. Und dann spürst du Wärme zwischen diesen Handflächen. Vielleicht etwas Sanftes. Vielleicht fühlst du die Energie fließen von der einen Hand in deine andere. Und dann kannst du sagen, ich schenke mir jetzt 60 Minuten. Das ist meine Zeit. Ich sorge für mich und für mein Wohlbefinden. Und dann bitte ich dich formuliere einen Satz der Dankbarkeit. Ich bin heute dankbar für. Was ist dein erster Impuls? Ich bin heute dankbar für. Und wenn es mehrere Impulse sind, dann immer raus damit. Wofür bist du heute dankbar? Und dann gönn dir noch einen tiefen Atemzug. Mit geöffnetem Mund lass den Atem aus deinem Körper ziehen. Mach das noch einmal. Und ein letztes Mal. Und dann neig dein Kinn Richtung Brustbein. Beginne zu blinzeln, deine Augen zu öffnen. Und wenn dein Blick klarer ist, dann heb ihn. Und dann begrüße ich dich heute Abend hier auf der Matte mit Namaste. Das Licht in mir grüßt das Licht in dir. Und dann schüttel mal und rüttel dich. Löse erst einmal den Sitz. Befreie dich gerne von deiner Decke oder deinem Kissen. Und dann komm noch einmal hier in deinen aufrechten Sitz. Du kannst dich auch gerne auf deine Fersen setzen. Also einfach die Füße unter dein Gesäß legen. Oder jetzt mal die Beine vertauschen. Den vorderen Fuß nach hinten. Nimm den hinteren nach vorne. Und dann bring mit der Einatmung nochmal deine Wirbelsäule in die Länge. Streck die Arme aus und bring sie über deinen Kopf. Wenn du einatmest, streck dich hier weit nach oben. Verschränk die Finger ineinander. Dreh deine Handflächen zur Decke. Mach dich lang. Und heute in dieser Stunde, da wird es etwas ruhiger zu gehen. Und vielleicht kannst du dir selber diesen Druck nehmen, diesen Stress. Muss mich jetzt bewegen. Muss mir etwas Gutes tun. Nein, wir wollen einfach für uns da sein, uns Raum und Zeit nehmen und spüren. Und mit der Ausatmung lass mal deine Schultern ganz sanft nach hinten unten gleiten. Das Herz zieht nach oben und dein Atem fließt. Halte nicht den Atem an. Der trägt dich durch jede Übung, durch jede Bewegung. Und mit deiner nächsten Ausatmung beug dich sanft nach links. Lang werden hier. Einatmen zur Mitte. Und ausatmen sanft nach rechts. Ein zur Mitte. Und jetzt mit der Ausatmung dreh deinen gesamten Oberkörper nach rechts auf. Also nicht beugen, sondern aufdrehen. Die linke Schulter zieht nach hinten, die rechte nach vorn. Vielleicht wird der Atem ein bisschen enger, ein bisschen schwieriger. Einatmen. Zur Mitte zurück. Ausatmen. Den ganzen Oberkörper nach rechts drehen. Und ein. Komm zur Mitte. Und noch einmal streck dich nach oben. Versuch den Schultergürtel zu entspannen. Es wird vielleicht ein bisschen warm im Schultergürtel. Das ist absolut gewünscht. Und mit der Ausatmung bring die Arme nach unten. Leg mal die Hände auf die Oberschenkel. Schließ die Augen. Spür die Berührung deiner Hände auf deinen Beinen. Und dann öffne deine Augen und jetzt bring mal deine Hände unter deine Achseln überkreuz und die Daumen, die gucken oben raus, sie zeigen nach oben. Und es ist wie, vielleicht möchtest du deine Augen dabei schließen, es ist wie eine Umarmung, eine Umarmung mit dir selbst. Und es ist ein ganz geborgenes und schönes Gefühl und du bestimmst, ob es eine ganz sanfte Umarmung ist oder ob dich wirklich jemand hält, ob du dich hältst. Und jetzt lenke mal deinen Atem in deine Handflächen. Und spür, wie die Rippenbögen weit werden, dich ausdehnst und mit der Ausatmung wieder zusammenziehen. Und auch deine Hände dürfen dich bei dieser Atmung unterstützen. Mit der Ausatmung dürfen die Hände dich ein bisschen fester umfassen und einatmen, Raum geben. Aus und ein. Ein letztes Mal in deine Handflächen atmen. Und ausatmen. Und dann löst du. Bringst jetzt mal die linke Hand zum Boden und mit der Einatmung den rechten Arm nach oben. Fingerspitzen ziehen Richtung Himmel und mit der Ausatmung spaziert die linke Hand vielleicht noch ein Stückchen weiter nach links und dein rechter Arm geht über deinen Kopf jetzt. Das rechte Sitzbein, das zieht eher in Richtung Boden. Rechte Sitzbein zieht nach unten und spürst du, wird die Seite noch ein bisschen länger. Versuch die rechte Schulter erst nach hinten und oben streben zu lassen. Nacken ist lang. Ganz, ganz lang. Und du atmest hier in deine rechte Seite und spürst diesen Raum, der entsteht. und bleib hier ganz präsent. Auch wenn du deine Augen schließt, dann versuche zu spüren und nicht zu wandern mit deinen Gedanken, sondern dir wirklich, als ob die Zeit stillsteht, als ob es nichts zu tun gibt, nichts zu denken gibt. und dann mit der Einatmung bring mal nur deinen rechten Arm nach oben und füllen zurück. Leg die rechte Hand schon mal auf deinen rechten Oberschenkel und jetzt legst du deine linke Hand an deine linke Wange, ganz sanft, und schiebst dich mit der Einatmung nach oben. Genau. Hier einmal nachspüren noch. Die rechte Seite ist deutlich länger jetzt und dann mit der nächsten Einatmung nochmal beide Arme nach oben bringen. Lang werden und ausatmen, geht die rechte Hand zum Boden. Einatmen, linke Arm nochmal nach oben und ausatmen, beug dich sanft nach rechts. Linkes Sitzbein zieht Richtung Boden, linke Schulter nach hinten oben, deinen Nacken lang und der Atem hier in deine linken Seite. diesen Raum, der entsteht, um danach tiefer zu atmen, die Muskulatur zwischen deinen Rippenbögen aufdehnen und spür mal. Ganz liebevoll und fürsorglich mit der Einatmung geht der linke Arm nach oben und dann die linke Hand zum linken Oberschenkel. Rechte Hand an deine rechte Wange und ganz sanft und liebevoll führ deinen Kopf nach oben, richte dich auf und dann komm oben an. Nimm noch einmal wahr, beide Seiten gleich lang, wundervoll und dann schüttel dich aus und jetzt bringst du deinen rechten Fuß über deinen linken Oberschenkel. Linkes Sitzbein bleibt ausgestreckt. Unsere Füße tragen uns den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wie viel Aufmerksamkeit du deinen Füßen gibst. Ich kann für mich und meine Füße sagen, das ist kein ausgeglichenes Verhältnis. Sie bräuchten eigentlich etwas mehr. Und jetzt, ja, massier mal liebevoll deine Fußsohlen. Was fühlt sich da gut an? Einfach mal hier den Spann, deinen Ballen, die Fußsohle massieren und jetzt fädel mal die Finger deiner linken Hand durch deine Zehen. Kleiner Finger kommt neben den kleinen Zehen und so weiter und so fort. Der Daumen bleibt hier außen übrig. Und du kannst die Finger ruhig richtig unten rein schieben. Ja, das darf man spüren. und jetzt kommt dein Handballen auf deinen Fußballen und du beginnst, deinen vorderen Fuß so ein bisschen kreisend zu bewegen. Wenn dir das hier im rechten Bein irgendwie unangenehm ist, nimm dir ruhig ein Kissen oder eine Decke, stütz dich hier ab, leg den Oberschenkel drauf, mach es dir ganz bequem. Und dann kreise hier in die eine Richtung und in die andere. Komm in der Mitte an. Jetzt führe mal die Finger ein bisschen enger zusammen. Das darf man spüren. Es soll keinen Schmerz verursachen, aber du möchtest jeden einzelnen Finger zwischen deinen Zehen spüren und jetzt mit etwas Zug zieh deine Finger aus den Zehen und dabei ziehst du die Zehen auch gleich noch ein bisschen lang. Ich darf das gar nicht machen. Ich habe Schuhgröße 43. Das sieht man wahrscheinlich immer, wenn ich hier vorturne. So lang dürfen die gar nicht mehr werden. Und dann löse, streck mal das rechte Bein aus und guck mal, vielleicht spürst du 5 Zehen. Ein aufgeweckter Fuß. Genau. Andere Seite. Linkes Fußgelenk über den rechten Oberschenkel. Stütz gerne hier wieder dein rechtes Bein und dann mach mal Bekanntschaft erst mal hier mit deinem Fuß. Ein bisschen massieren und streicheln. Was tut dir gut? Was fühlt sich gut an? Und es gibt so kleine Rituale, die man integrieren kann. Ja, vielleicht ist es das Füße eincremen vor dem Zu-Bett-Gehen. Das ist auch so ein Ritual der Selbstfürsorge. Sich Zeit nehmen, ganz bewusst. Seinen Körper gut behandeln. Und jetzt fahr mit den Fingern deiner rechten Hand hier wieder durch die Zehen deines linken Fußes. Schieb die Finger rein und dann kannst du hier beginnen, den Vorfuß zu kreisen. Mein rechter Fuß fühlt sich jetzt ganz wach an, schon mal. Und dann kreise mal hier in die andere Richtung. Und dann schieb noch einmal, wenn du hier aufgehört hast, mit diesen kreisenden Bewegungen, die Finger eng zusammen. Und jetzt zieh mit etwas Kraft langsam, langsam, langsam die Finger aus den Zehen. Und dann streck das linke Bein auch aus. Spür mal nach, wie fühlt sich das an für dich? Und dann kommst du ganz langsam mit mir über die Seite in den Vierfüßen der Stand. Jetzt kommt schon ein bisschen Routine hier in unsere gemeinsame Yoga-Stunde. Wir platzieren die Handgelenke unter den Schultern, die Finger sind sanft gespreizt, der Mittelfinger zeigt nach vorne, Stückchen nach rechts vielleicht. Den kleinen Fingerballen und den Daumenballen, die presst du sanft in die Matte. Die Knie hüftweit geöffnet, die Füße aufgestellt. Und jetzt ist der Nacken lang, der Blick bleibt auf der Matte. Und mit der Einatmung schiebt das Steißbein nach hinten oben raus und hebt das Herz, der Blick nach vorne. Ausatmen. Den Rücken runden machen, den Katzenpuckel. Einatmen. Herz heben, Schultern ziehen zurück. Ausatmen. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Jetzt komm in der neutralen Position an. Leg den linken Spann am Boden ab und hol dir deinen rechten Fuß vorne und das rechte Knie. Mit der Ausatmung schieb jetzt dein Gesäß nach hinten weiter, 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 weiter. Jetzt löst sich hier der vordere Fuß vorn der Matte und dein Oberkörper zieht eher in Richtung deines rechten Unterschenkels. Das linke Sitzbein möchte den Körper Mitte bleiben. Es zieht nicht so weit nach links außen, sondern eher nach hinten. Und dann atme hier. Spül mal die Länge in der Rückseite deines rechten Beines. Einatmen, bring nochmal Länge in deine Wirbelsäule, mach dich hier nochmal lang und ausatmen, zieh die Nase sanft Richtung rechtes Knie Schienbein. Noch einmal einatmen, lang werden und ausatmen, verbeug dich und du weißt jede Art von Vorbeuge mach mit Hingabe, es ist wie eine Verbeugung vor dir selbst. Und einatmen, nochmal lang werden, Hände spazieren wieder nach vorne, wir tauschen und holst dir jetzt deinen linken Fuß und das linke Knie, linkes Fußgelenk und das linke Knie. Mit der Ausatmung schiebt das Gesäß nach hinten, Zehen ziehst du sanft heran und dann darf der Oberkörper weich werden, sich Richtung deines linken Beines neigen, rechtes Sitzbein eher Innenkörper Mitte ziehen, einatmen, lang werden in der Wirbelsäule und ausatmen, die Nase Richtung Knie, ein, nochmal lang werden hier und mit der Ausatmung die Nase Richtung Schienbein, letztes Mal ein und aus und dann löse auch hier wieder auf und einmal alles gesamtheitlich ausschütteln und immer wieder mach dir bewusst wir haben Zeit wir sind in Ruhe und dann press noch einmal deinen Handteller fest in die Matte stellen mit der Ausatmung deinen rechten Fuß jetzt hinten auf der Matte ab der Fußball entpresst nach unten rechte Ferse zieht nach hinten und dann hol dir deinen linken Fuß daneben komm einmal in die Planke und immer wieder daran erinnern wenn du das Gefühl dann stell die Füße einfach ab schon und schütze deinen unteren Rücken ansonsten schick die Kraft hier in deinen Bauch und mit der nächsten Ausatmung roll dich hier nach hinten in deinen ersten Berg oder den herabschauenden Hund verkleine vielleicht für eine Fußlänge deinen Abstand zwischen Händen und Füßen und dann beug die Knie schieb den Bauch Richtung Oberschenkel des Becken Richtung himmel langwerdendem Rücken drück dich kräftig mit den Armen aus den Schultern und dein Atem fließt und jetzt ganz langsam in Faultier Geschwindigkeit linke Ferse Richtung Boden rechte Ferse Richtung Boden es kann wirklich ein ganzer Atemzug zwischen diesen Bewegungen liegen Zieh dich in die Länge streck dich spür deinen Körper von deinen Fersen zu deinen Fingerspitzen und jetzt langsam noch einmal beide Knie beugen den Bauch gegen die Oberschenkel schieben das Becken Richtung Himmel und dann wollen wir die Beine strecken die Fersen ziehen Richtung Boden ganz ganz lang werden hier entweder Kopf hängen lassen oder Blick auf die Matte richten guck mal was dir angenehm ist und ganz langsam spazier nach vorne zu deinen Händen und komm hier in einer tiefen Vorbeuge an die Knie dürfen bitte gebeugt sein schon den unteren Rücken und dann greif hier mal deine Ellenbogen lass den Kopf hängen unbedingt beim Yoga den Kopf hängen lassen erlaub dir mal Dinge die wir so gelernt haben lass doch nicht immer den Kopf hängen doch lass von links nach rechts spür dabei in die Rückseiten deine Beine nimm wahr und dann löse jetzt greift deine rechte Hand das linke Fußgelenk das rechte Knie beugt ein bisschen mehr nach vorne mit der Einatmung zieht der linke Arm nach oben die Schultern stapeln sich übereinander das Herz zieht nach links und oben gleichzeitig die Fingerspitzen der linken Hand wollen nach oben sind aufgefächert eine aktive Hand und dein Blick geht einfach nach links sodass Hals und Nacken in Verlängerung der Wirbelsäule sind schick mal hier den Atem in die Verwringung deines Körpers in deine Körpermitte in deinen Bauch und mit der Ausatmung langsam rückwärts bewegen jetzt deine linke Hand ans rechte Fußgelenk legen das linke Knie beugt ein bisschen mehr einatmen schick den rechten Arm nach oben zieh die rechte Schulter über die linke die Fingerspitzen der rechten Hand Richtung Himmel der Nacken lang der Blick nach rechts das Kinn etwas Richtung Brustbein und den Atem in deinen Bauch und mit der Ausatmung wieder zurück zur Mitte noch einmal verbeugen weich werden bring die Hände jetzt auf den unteren Rücken Fingerspitzen zeigen weg von dir roll die Schultern nach hinten unten zieh die Ellenbogen Richtung Himmel und dann schick Kraft in deine Körpermitte und erhebe dich nach oben oben angekommen die Schultern nach hinten unten rollen das Herz heben lass mal die Handflächen nach vorne öffnen und dich wahrnehmen in deiner ganzen Größe schließ doch mal die Augen spür das getragen sein und langsam öffne deine Augen schüttel dich ein bisschen aus ich habe ja vorhin auch im Teaser gesagt ich weiß gar nicht wenn ihr den alle natürlich nicht gesehen habt oder nicht alle ihn gesehen haben wir brauchen heute für eine Übung ein Buch in der Größe ein Taschenbuch je größer das Buch umso einfacher je schwerer das ist wenn es aber irgendwie der kleine Bruckhaus ist das wird zu schwer also so in der Größe ungefähr wenn ihr eins habt in der Nähe holt es mal schnell kommt gleich die Übung wollen wir gleich beginnen was können Rituale der Selbstfürsorge sein und zwar wie starten wir denn so in den Tag ich weiß nicht ob jemand von haustiere hat aber wenn haustiere oder katzen oder hunde morgens oder auch nach ihrem schlaf wach werden dann strecken die sich in alle richtungen ja also wenn mein Hund hier morgens dann ist der 4 50 lang so lang streckt der sich und dann gehnt der und alles wird gestreckt und so das haben wir völlig verlernt wir kommen aus dem Bett und dann gehen wir Zähne putzen direkt also wenn du morgens aufstehst oder selbst im Bett noch wenn es Platz hat dann streck dich und regel dich spür deinen Körper nimm dich wahr was was sich zu einem Ritual machen lässt du schlägst die Augen und denkst nee spring jetzt noch nicht raus streckt mich erst ich mache es wie meine Katze und mein Hund oder wenn du in der Dusche angekommen bist wie oft duschen wir und sind mit unseren Gedanken schon dabei zur Arbeit zu gehen was ziehe ich heute an was liegt heute an was muss ich noch machen und wir merken das gar nicht wie schön sich das warme oder kalte Wasser auf der Haut anfühlt wie der Duschschaum oder was auch immer wir benutzen wie sich das anfühlt wie das riecht also all diese Momente in denen es Präsenz verlangt die schenkt dir ganz bewusst das könnte etwas sein was du zu einem Anfangs- oder Guten Morgen Ritual machen kannst jetzt denken alle immer morgens beim Duschen an mich ich kenne das ich habe auch mein Lehrer hat mir das mal gesagt und jeden Morgen denke ich dran ich denke wirklich immer okay wir sind soweit wenn ihr ein Buch habt in Griff Nähe legen wir starten jetzt am vorderen Ende der Matte in einem aufrechten Stand die Füße sind geerdet wir schaffen Basis wir verankern uns das heißt die Ballen kommen in die Matte die Fersen in die Matte die Zehen zieh mal mit der Einatmung nach oben fächer sie auf und leg sie liebevoll wieder und dann zieh mal die Kraft jetzt aus deinen Füßen deine Beine entlang nach oben aktiviere die Beinmuskulatur gib das Becken sanft lass das Steißbein nach hinten ziehen und dann mach deine Seiten lang atme in deine Seiten zieh die Schulter noch mal sanft nach oben Richtung Ohr und fühl sie aus atmen nach hinten unten deine Handflächen dürfen sie gerne nach vorne öffnen deine Ohren die zieh ein Stück über nach hinten über deine Schultern bis ein Doppelkinn entsteht das genau die richtige Position und jetzt mach deinen Nacken noch ein bisschen lang zieh deinen Kinn nach unten schenk dir noch mal ein strahlendes Lächeln und vergiss auf gar keinen Fall zu atmen es fühlt sich manchmal so ein bisschen steif an aber das ist ganz aufgerichtet ja und dann und dann mit der Einatmung deine Arme über die Seite nach oben und dann hier auch noch einmal lang werden verschränkt die Finger ineinander dreht die Handflächen hier Richtung Himmel schieb mal jetzt den rechten Fuß in die Matte und mit der Ausatmung beug dich einmal auf nach links und Einatmen kommt zur Mitte linker Fuß schiebt in die Matte und Ausatmen beug dich einmal auf nach rechts Einatmen zur Mitte und mit der Ausatmung lösen eine kleine Übung jetzt für den Schulter- und Nackenbereich und zwar bringst du dein Buch mit dem Buch Rücken Richtung Steißbein oder unteren Rücken und greifst das Buch also so zwischen deinen Händen deine Ellenbogen zeigen nach hinten wir können entweder das Buch so greifen oder die Schultern schon mal nach hinten und unten rollen die Ellenbogen nach hinten führen und jetzt mit einer nächsten Einatmung streck die Arme aus nach hinten Ausatmen führt das Buch wieder an den unteren Rücken Ein und aus Ein und aus Ein Aus Ein und aus Ein Aus Ein Einmal noch hier noch einmal die Schultern lösen nach oben nach hinten führen Herz hebt die Ellenbogen ziehen nach hinten weiter geht's Ein Arme streckt nach hinten aus Aus Ein Ein und aus Wahrscheinlich wird es warm im Schultergürtel Ein und aus Ein letztes Mal Ein und aus Halte Halte hier noch mal für einen Moment und dann ganz langsam leg das Buch ab nach rechts und spür mal rein da ist richtig Raum entstanden jetzt Schultern gut gewärmt Platz geschaffen Herz geöffnet für mehr Liebe darf reinkommen okay und wenn du Gefallen gefunden hast an dieser Übung das kannst du auch alleine zu Hause machen wenn du den ganzen Tag vor dem Rechner gesessen hast zwei drei Runden hier um das Herz zu öffnen den Schultergürtel zu kräftigen dann mach das gerne und jetzt komm noch mal ans vordere Ende der Matte bringen mit der Einatmung die Arme nach oben hebt das Herz den Blick auch Richtung Himmel und ausatmen tauch tief nach unten ab komm in eine tiefe Vorbeuge hier einatmen halbe Vorbeuge den Rücken gerade wie ein Tisch die Hände auf deine Schienbeine und auch hier rollen die Schultern nach hinten unten und es ist ein ganz aktives Gefühl in deinem Rücken es ist nicht irgendwie so sondern es ist wirklich die Muskulatur ist aktiv du nimmst deine Kraft wahr deinen Rückhalt und mit der Ausatmung noch einmal tief nach unten abtauchen rechts macht jetzt den großen Schritt nach hinten mit der Einatmung und dein linker Fuß spaziert mal an die Außenkante deine Matte linke Hand kommt nach innen vielleicht kannst du die Hände am Boden absetzen du kannst das rechte Knie am Boden absetzen wenn dir das zu hart ist schlag die Matte einmal um oder nimm eine Decke und dein Kissen und das rechte Knie den Spann des rechten Fußes ablegen und dann darfst du hier im Becken ein bisschen tiefer sinken und jetzt lass mal energetisch deine beiden Beine zueinander ziehen den linken Oberschenkel und den rechten Oberschenkel zueinander ziehen lassen ganz sanft noch einmal lang werden hier im Rücken und vielleicht ist es das oder du sagst ich bin irgendwie beweglicher dann kannst du auch auf deine Unterarme kommen dich hier unten ablegen Platz schaffen im Becken aber stress dich nicht es geht um das Thema Selbstfürsorge wenn es das ist bleib hier ja bleib oben versuch den Rücken lang zu machen das Herz nach vorn und oben ziehen zu lassen nimm den Raum war der jetzt in deinen Hüften entsteht und dann stell deinen rechten Fuß wieder auf und stell deinen linken daneben drück dich zurück in den Berg einmal hier die Knie beugen den Bauch Richtung Oberschenkel schieben und mit der Ausatmung die Fersen Richtung Boden ziehen und dann geht der Blick nach vorne das linke Knie zum Boden und du holst dir deinen rechten Fuß und das rechte Knie rechter Fuß spaziert nach außen an deinen rechten matten Rand und deine Hände kommen nach innen linkes Knie am Boden spannen auch und dann darfst du hier mit den Händen ein bisschen weiter nach vorn spazieren das Becken sinkt tiefer und entweder es ist das oder du kommst mit den Unterarmen auf den Boden kannst auch gerne mit der linken Hand das rechte Fußgelenk greifen aber sei achtsam mit dir mach den Rücken gerade zieh dich in die Länge hier spür den Raum der entsteht in deiner Hüfte und dann stülp deinen linken Fuß wieder um stell ihn auf und bring mit der Ausatmung deinen rechten Fuß daneben noch einmal komm hier an im herabschauenden Hund Knie beugen lang werden im Rücken und dann die Beine strecken die Fersen ziehen nach unten einatmen roll dich nach vorn ins Brett kraftvoll ziehen die Fersen jetzt nach hinten Krone deines Kopfes zeigt nach vorne Blick bleibt auf der Matte und dann mit der Ausatmung die Knie absenken Brustbein Kinn folgt die Ellenbogen sind nah am Körper die ziehen nach hinten und dann komm hier auf der Matte in der Bauchlage an Hände sind unter deinen Schultern und dann bring deinen Spann auf die Matte und wenn du den Spann sanft in die Matte presst lösen sich die Knie dein Gesäß bleibt weich und mit der Einatmung roll die Schultern nach oben und dann nach hinten unten heb das Herz der Nacken lang einatmen streck jetzt mal deine Arme nach vorne aus ausatmen zieh zurück ein und aus ein und aus ein und aus letztes Mal ein und aus Hände wieder unter deinen Schultern platzieren und dann einmal mit Länge ablegen am Boden stell die Füße auf und drück dich mal nach hinten jetzt öffne deine Knie leg die großen Zehen zueinander und komm in die Darmika oder in die Kindshaltung das heißt du bringst dein Gesäß nach hinten legst den Bauch zwischen deinen Oberschenkeln ab und gerne jetzt deine Stirn am Boden und dann bring mal jetzt um den Energiekreis zu schließen deine Hände nach hinten die können vielleicht deine Fersen greifen und schick den Atem in deinen Bauch und mit dieser tiefen Bauch Atmung öffnest du den unteren Rücken schickst Raum in deinen unteren Rücken und das ist eine Position die kann man das ist auch so ein bisschen wie Flucht nach wie die Flucht die kann man auch mal einnehmen wenn man das Gefühl hat ich brauche jetzt mal Raum das ist wie ein Kokon der dich so umgibt und Schutz bietet das ist wie in einen Schildkrötenpanzer zurückziehen diese Position die bietet dir Ruhe und Rückzug und du kannst wenn du das gerne enger machen möchtest kannst du auch die Beine schließen und den Bauch auf deine Oberschenkel auch das ist ein ganz angenehmes Gefühl sich ganz klein zu machen und das eigene Gewicht zu spüren und mit der Einatmung setz dich hier auf deine Fersen komm nochmal nach vorne in den Vierfüßlerstand und ausatmen zurück in deinen Berg einatmen geht der rechte Fuß nach vorne oder erst das linke Knie zum Boden ganz lang werden ausatmen links zu rechts verbeug dich tief einatmen halbe Vorbeuge der Rücken lang und dann bring die Arme zur Seite und richte dich nach oben auf Blick Richtung Himmel ausatmen Namaskaramutra einatmen öffne dich die Arme die Arme nach oben Herz Richtung Himmel ausatmen verbeug dich tief nach unten einatmen halbe Vorbeuge ausatmen tief links macht den großen Schritt nach hinten Herz zieht nach vorne Rücken lang Becken tief ausatmen rechts zu links in den Berg nach hinten einatmen roll dich nach vorne ins Brett ausatmen Knie absenken Brustbein Kinn Ellenbogen ziehen nach hinten Spanne am Boden habt ihr gemerkt kein Raum für Gedanken Yoga bringt einen dazu sich so zu konzentrieren dass es überhaupt keinen Platz bietet Gedanken zu denken es ist das Zusammenführen von Körper und Geist den Spann auf die Matte die Knie lösen einatmen roll die Schulter nach oben ausatmen nach hinten unten die Ellenbogen ziehen Richtung Bauchnabel auch deine Handflächen ziehen Richtung Bauchnabel es ist nur energetisch die bleiben an Ort und Stelle aber kraftvoll bringst du sie in diese Richtung das Herz das Brustbein darf noch ein Stückchen weiter nach vorne spür mal die Kraft in deinem Rücken jetzt hier und dann löse mal deine Hände bring die Handflächen nach oben und dann schieb mal so ein bisschen die Luft nach oben weg und ausatmen ablegen die Füße umstülpen und noch einmal jetzt nach hinten in die Darmika Raum finden Rückzug schick den Atem in deinen Bauch spüre den Raum der entsteht im unteren Rücken und ganz langsam richte dich nach oben auf in den Fersensitz Guck erst mal sortier erst mal Kopf über Schultern Blut einmal in die richtige Richtung schließen lassen und dann setz dich jetzt einmal links neben deine Füße genau bring deine Hände hinter deinem Hals mit deinem Nacken zusammen verschränk die Finger dort und dann öffne deine Ellenbogen nach außen heb das Herz ein Stück und mit der Ausatmung zieh jetzt deinen Oberkörper beug dich sanft nach rechts rechter Ellenbogen zieht in Richtung deiner Füße schick den Atem in deine linke Seite und einatmen komm zur Mitte zurück löst die Arme und komm über die Mitte setz dich rechts neben deine Füße noch einmal die Finger im Nacken verschränken Ellenbogen ziehen nach außen Herz hebt und mit der Ausatmung den Oberkörper nach links neigen Ellenbogen der linke Ellenbogen zieht Richtung Füße der Rechte nach oben und der Atem in deine rechte Seite nochmal Raum entstehen lassen und einatmen komm zur Mitte zurück und dann löst mal auf streck die Beine jetzt nach vorne aus schüttel dich hier noch einmal und dann kommst du so weit nach vorne auf die Matte dass du dich nach hinten jetzt ganz entspannt ausdehnen kannst und komm ganz gefühlt von hier aus in die Rückenlage nach unten und da leg dich erst einmal ab nimm dich wahr du wirst getragen die Erde trägt dich ist das schön der Atem fließt und dann stell deine Beine noch einmal auf stell die Füße so auf dass sie hüftweit geöffnet sind relativ nah an dein Gesäß und ganz langsam beginnst du mit dieser kleinen Beckenschaukel das Steißbein zieht Richtung Bauchnabel dabei verbindet sich der untere Rücken und ausatmen zieht das Steißbein Richtung Füße und entsteht hier so eine kleine Höhle im unteren Rücken einatmen ranziehen ausatmen wegschieben ein ran und ausatmen wegschieben wenn du das nächste Mal den unteren Rücken gut verbunden hast dann heb das Becken Stück für Stück nach oben schieb das Becken nach oben und jetzt bring deine Hände unter dem Rücken zusammen verschränkt die Finger spaziere mit deinen Schultern ein bisschen enger zusammen sodass dein Herz Raum nach oben hat und diese Faust die du gebildet hast die zieht eher Richtung Ferse Das Becken hebt das Herz hebt zwischen deinen Knien erinnert dich hast du eine sehr groß gewordene reife Erdbeere die du festhältst das ist wie in der ersten Stunde die ich gemeinsam mit euch gemacht habe aus Röbershagen wenn ihr euch erinnert da ging es um Sukha da ging es um die Freude und das Glück im Leben da ging es quasi um die Süßigkeit des Lebens die Erdbeere und das ist auch Selbstfürsorge zu gucken was ist meine tägliche Erdbeere meine Süßigkeit die mir gut tut die mir Freude macht und Kraft gibt dann ganz langsam löst die Hände Raum zwischen den Schultern schaffen Wirbel für Wirbel wieder abrollen und jetzt einmal die Knie heranziehen umarm dich mach dich ganz klein zieh die Nase noch einmal Richtung Knie und langsam auflösen stell die Füße ab lass den rechten Fuß stehen und das linke Bein streckt einfach aus heb jetzt mal die Hüfte an bewegt sie zehn Zentimeter nach rechts und leg sie wieder ab deine linke Hand greift das rechte Knie und einatmend geht der rechte Arm zur Seite weg jetzt zieh mal mit der Ausatmung das rechte Knie sanft nach links und ganz gerne deinen Kopf anheben und sanft nach rechts drehen ihn wieder ablegen und dann in dieser Position dir Raum geben und loslassen und ich habe ja noch versprochen ich lese etwas vor das darfst du also in dieser Zeit einfach darfst du dich berieseln lassen und versuchen loszulassen und zwar ist das eine Liste von Dingen es sind zwei Listen drin eine Liste von Dingen die uns hinunterziehen ich glaube das lasse ich jetzt einfach mal wir wollen uns mal beschäftigen mit den Dingen die uns aufbauen Punkt 1 bewusst meistens um 22 Uhr 30 ins Bett gehen vor dem Schlafen gehen bei einem Bad oder einer Dusche entspannen Essen im Voraus zubereiten damit wir gesunde gut schmeckende Sachen essen das heißt also nicht so ein Hamburger unterwegs mit Freunden und Familie zusammen sein ich glaube das vermissen wir in diesen Tagen am allermeisten wenn wir da begrenzt sind Tanzen zum Yoga gehen das macht sie schon mal super jeden Tag meditieren da mache ich auch noch mal eine Stunde zu wie wir das denn schaffen jeden Morgen und Abend unser Dankbarkeit Tagebuch führen das finde ich ist echt eine schöne Sache sich immer wieder zu vergegenwärtigen Wofür wofür bist wofür bist du dankbar das müssen gar nicht immer die riesengroßen Geschenke sein und Dinge die das Leben so abwirft sondern das ist sind die ersten Frühlingsknospen draußen das sind Sonnenstrahlen das ist ein Gefühl für Beweglichkeit im Körper das kann Musik sein ganz viele tolle kleine Gesten und wenn ich abends so sitze dann kann man sein ganzes Buch vollschreiben mit Dingen die einen tagsüber mit Dankbarkeit erfüllt haben das ist eine ganz ganz tolle Aufgabe finde ich super möchte ich euch gerne empfehlen ihr dürft jetzt mit der Einatmung euch wieder entknoten ich habe euch nicht vergessen das Becken zurückdrehen mal abheben vom Boden das rechte Bein ausstrecken das fühlt sich jetzt auch ungefähr sechs Zentimeter länger an als das linke und dann stell jetzt deinen linken Fuß auf heb das Becken geh zehn Zentimeter nach links leg es wieder ab rechte Hand kommt aufs linke Knie und mit der Einatmung geht der linke Arm zur Seite weg ausatmen zieh das linke Knie sanft nach rechts und wenn du magst kannst den Kopf heben und nach links drehen wieder ablegen und auch hier atmen und loslassen war noch nicht fertig mit meiner Liste und selbst gegenüber ehrlich sein das ist auch eine schwierige Sache manchmal wir reden uns ja viele Dinge ein das muss ich jetzt machen sonst kann ich das und das nicht oder ich bin dann auch nicht gut genug und so das könnten wir alles überprüfen diese Dinge auf selbstkritische Gedanken achten und sie in etwas positives umlenken da haben wir es auch ja mit uns selbst so freundlich umgehen wie mit den Menschen die wir unterrichten und versorgen die wir man könnte das auch ergänzen ja also wie gehen wir denn mit den Menschen um die wir lieben doch sehr gut mach das auch mit dir in der Natur spazieren gehen ja das ist immer gut im Meer schwimmen Zeiten der Stille das sind alles Dinge die uns nähren uns aufbauen ein kleiner Auszug aus diesem wirklich wundervollen Buch hier also es sind ganz viele kleine tolle Kapitel mit Dingen die wir die so Aha Erlebnisse hervorrufen und ganz langsam mit der Einatmung komm zur Mitte zurück und dann streck dich mal richte dich aus spür ganz bewusst in beide Seiten hier und dann darfst du es dir bequem machen für die Endentspannung eine Decke ein Kissen vielleicht auch ein Kissen hier unter die Knie legen und ich nehme meine Kuscheldecke deck die Füße zu vielleicht auch deinen Bauch und dann lass deine Füße nach außen fallen bring die Arme neben deinen Körper für Shavasana die Ententspannung die Handflächen zeigen nach oben die Schultern ziehen oder fallen sanft nach unten deine Augen sind geschlossen deine Gesichtszüge weich dein Kiefer entspannt deine Lippen sanft geschlossen gib das Gewicht ab fühl dich getragen fühl dich absolut in Ordnung fühle dich geliebt und umsorgt von dir selbst und dann spüre in deinen Herzensraum und lass deine Lebensenergie die du spürst mit deinem Herzschlag mit jeder Ausatmung jetzt groß werden sich in deinem Körper ausbreiten sodass du dieses warme Pulsieren deines Herzens bis zu deinen Fußsohlen spüren kannst und spüre dieses warme Pulsieren jetzt auch bis in deine Handflächen und auch durch deinen Kopf ziehen bis zu deinem Schädeldach und dann bist du ganz bei dir und das warme Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Haut massieren. Dich liebevoll zurück in den gegenwärtigen Moment holen. Und dann noch einmal die Arme nach hinten ausstrecken, räkeln und lang machen, den Atem vertiefen. Und dann ganz langsam über eine Seite, wenn du magst, noch mit geschlossenen Augen nach oben aufrichten in deinen aufrechten Sitz. Bring nochmal deine Hände vors Herz. Setz dich aufrecht, nimm den Atem wahr. Und vielleicht magst du dir imaginär auf beide Schultern klopfen für diese Zeit und die liebevolle Fürsorge, die du dir zuteilwerden lassen hast. Und ich sage vielen, vielen Dank für diese schöne gemeinsame Stunde mit euch und wünsche euch einen wundervollen Abend und beende hier mit Namaste. Das Licht in mir grüßt das Licht in dir. Alles Gute. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Welches Thema es da gibt, bekommt ihr noch mit einer kleinen Ankündigung zu wissen. Also, dann verabschiede ich mich von euch für diesen Abend.